Ho, ho, ho! Hallo YouTube! Und wir öffnen Türchen Nummer 16 am heutigen 16. Dezember hier im Faulenz-Kalender. Und wir machen jetzt doch mal was komplett anderes, weil der ein oder andere schreit jetzt, was soll denn das? Aber einige wenige hüpfen jetzt im Kreis, denn es sind zwei MeToo's drin. Und das breche ich jetzt hier sozusagen ein bisschen mit der Tradition, weil es ist halt nicht selber gekauft, aber gleichzeitig ist es auch nicht von wirklich von... Die MeToo's, das sind ja die Hasenmaskottchen von Xiaomi. Die gibt es wie Sand am Meer. Die knallarten Fans, die sammeln die und was nicht alles. Und die habe ich hier sozusagen bei der Store eröffnen in Köln mitgehen lassen. Grüße gehen raus an Xiaomi. Deswegen. Also, ich habe hier einen blauen MeToo, einen roten MeToo. Nicht einer bekommt beide. Die werden jetzt schmerzlich getrennt. Da müssen die einfach durch. Nicht, aber dadurch kann halt, wenn denn jemand ein MeToo haben möchte oder sagt, genau so ein MeToo fehlt einem noch, dann ist das jetzt heute eure Chance. Alle anderen denken sich, Stofftiere, nein. Wobei, das stimmt nicht. Wir hatten schon mal. Erinnert euch an die Stofffaultiere. Das hatten wir ja auch. Warte, auf die Idee hätte ich auch noch mal. Und die Robben. Richtig. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Oh Mann, die waren auch grumpy. Ja, aber ist ja auch egal. Also, heute zwei MeToo's drin. Das müssen wir ein bisschen abändern, weil normalerweise habe ich, wenn ich mehrere Sachen drin habe, einfach identische Sachen. Dann ist es egal. Diesmal muss man sich entscheiden, direkt bei der Teilnahme. Wenn ihr einen Kommentar macht, schreibt dann. Also, wenn ihr sowas haben möchtet, dann direkt müsst ihr euch entscheiden. Möchtet ihr lieber den blauen oder möchtet ihr lieber den roten MeToo haben? Und ansonsten läuft halt alles wie immer. Zwei Leute bekommen jeweils einen, aber dann halt nach der Farbentscheidung, die ihr treffen musstet vorher. Link zum Blogbeitrag steht unten. Erklärbar-Video habe ich hier schon und blende ich ein. Man beachte noch mal diesen herrlichen Deko-Weihnachtsbaum-Schmuck, mit dem ich mir so viel Mühe gegeben habe. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.